Was geht, was läuft, was läuft, Ginto Berg, meine Freunde, was geht ab? Wir gehen jetzt ins City Park. Ich will mir neue Schuhe kaufen, weil meine sind schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich trage ja gerne weiße Schuhe und weiße Schuhe kriegst du sehr schwer sauber, nicht immer. Auch wenn du die in die Waschmaschine packst, sind die mehr die saubersten. Außerdem habe ich Hunger, meine Freundin hat auch Hunger, ne. Also gehen wir jetzt ins City Park, was essen, nach Schuhen gucken, Geschenkpapier gucken für meinen Neffen, weil der hat nämlich morgen Geburtstag. Schauen wir mal, schauen wir mal wieder Tag hier wird. Huuu Baby! Guck mal, boah, sieht geil aus. Boah. Ne, guck mal, ist das wieder. Auch wild. Huuu Baby, geil. Guten Appetit, werden wir uns alle lieben. Schauen wir mal wieder. Huuu Baby, ma nichts mehr. Nie, guck mal, wieso das ist. Huuu Baby, Pech mal wieder. Huuu Baby, geh mal wieder hin. Das拿t los, nein, gibt's nicht mehr. kann man tragen stand ihn eigentlich ist die hier die hier und sie tragen wieder nicht mehr schnäppchen wir ja zusammen hundertfünf Euro versteht ihr? hundertfünf Euro nee der Markt kommen wir hier zum Aschabüssen Freund ich bin da anwesend warum piept dieses Scheißladen hier jetzt wenn ich reinkomme wir wollen nicht verarschen was soll das ich bin ein Verbrecher hier oder was alles auf Kamera ne ihr wisst bescheid weil sie mich hier gleich haben wollen dann fick ich die einfach nicht ja ne so ein Ding ist das wo sind deine Tony Boxes? das ist nicht für dich na klar ist das für dich komm meine Freundin hält sich sowas an hier nein das ist voll peinlich warum schämst du dich? wenn du das rein und wenn du das machst ne trenne ich mich was? habt ihr gehört? wenn ich das rein mache dann trennt sich meine Freundin warum brauchst du dich denn auf dem Geschehen? ist doch nicht schlimm das ist halt Disney und so das kennt halt uns andere Leute hören sich irgendwelche ASMR Sachen an zum einschlafen und du kannst hier halt Tony Boxen hier ja ist so he ist doch nicht schlimm guck mal hier sind geile Sachen auch dabei komm ich zum Beispiel wer kennt den hier warte wir finden mal einen coolen einen coolen ne coole guck mal hier gibt es Asterix auch wild oder hier Biene Maja Biene Maja guck mal wenn ihr ein Blümchen wie Blocksberg überhaupt der Baumeister aber der Neue hier sind coole Sachen man hier Cabaluga hä ist doch chillig ich bin gespannt nur kosten die Dinger 15 Euro ne guck mal hier das hat sich jetzt meine Freundin gekauft wie teuer ist sowas? 14,95 Euro ne ja ja 14,95 Euro für eine sohnliche Figur für Hörspiel für eine Nemo Kalle höchstpersönlich und zwei Figuren die meine Freundin sich schämen zu zeigen und dafür 60 Euro Leute 60 Euro was für mein Haar hier egal ich gehe arbeiten was sag mal ich gehe arbeiten dann darf ich kaufen was es ist Aken nimm mal Aken 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 du noch mal ja 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 schön die Aussicht genießen Leute man lebt ja nur einmal guck mal hier schöne Aussicht hier mit meinem Bruder Leben genießen Geburtstag Geburtstag von Neffen ja Geburtstag von Neffen schön Capri rauchen Sommer kommt bald ne schön Sixpack aufbauen Leute chöre ja hüey dann fein Neighbors függ 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 w Trinken, Hose, Stutzen, so eine Dinger für die Schimai-Chona zum reinstecken, eine Cola und natürlich der Kollege, da war auch nicht viel, ganz, ganz wichtig, ein Beckenbau hier, auch mal ein Fußballplatz hier, guck mal hier, ein Beckenbauer. Heute redet ja ein Reinaugel, ne? Basti, heute ein Reinaugel. Jawoll. Was ist denn los hier, was ist denn los, was ist denn los, was ist denn los, was ist denn los, aber mal trinken, weil man keine Dose hat, manne. Ich bin so besoffen, FC da umreinig. Machst du klar? Ja, lauf, 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 lauf. Guck mal, kannst du gerne auf mein Gesicht sehen? Wo ist sie, jo? Na ja, auf YouTube, guck mal hier. Mach mal, mach mal richtig ihr Gesicht oder sein Gesicht. Man sieht die Kröte, keine Sorge. Man sieht sie. Auch mal Leben retten, beziehungsweise der junge Mann oder beziehungsweise sie hat sich in unserer Dusche verlaufen. Also Leute, man sieht mich eventuell nicht, ich bleib bloß so einsetzen, ne? Wir gehen jetzt nach Hause. Meine Herren, meine Damen, es ist 2 Uhr. 12 Uhr, 12 Uhr, 12 Uhr, ja, nach Hause, ne? War ein gelungener Abend, Training war auch intensiv, intensiv, ja, super Training. Das nächste, was intensiv ist, ist mein Bett. Oh, so ist, ja, ich sag mich so, wie ich jetzt lege. Und lass ein Sub da, für meinen alten Freund Nico. Ja, 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 lass doch mal ein Sub da. Twitch Prime ist kostenlos, ne? Ja, schon. Ja, 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 ja.